Ja Leute, heute schleppe ich Marili einen ab. Ich will einen Hänger haben. Für meine Schätzchen. Und deshalb nur das Beste. Und wo gibt's das? Ganz klar, sauber, sicher und geschwind. Von Mödefind. Bei Mödefind in Buchholz in der Nordheide werden seit 1978 Hänger vom Feinsten gebaut. Für mich war klar, hier hole ich mir mein Anhängsel meiner Träume. Ich kann es kaum erwarten, aber erst mal beim Chef guten Tag sagen. Herzlich willkommen. Ich bin schon ganz aufgeregt, kurz vor Gänsehaut. Du hast den Maßanzug mit Deichsel fertig. Na klar, ich zeig dir mal, wie wir das gemacht haben. Ja, dann hauen wir einen raus. Alu, soweit das Auge reicht. Das zum Beispiel ist unser Aluminium-Bodenprofil für die Trailer. Ist auch in deinem Anhänger verbaut. Das ist deine Leichtigkeit. Hier kommt der Haken rein, ich kann richtig anknallen, die Räder sichern, das Fahrzeug stabilisieren. Und dann kann ich auch 100 fahren mit dem Anhänger. Na klar. Wenn ich hier so nach oben schaue, mit der Materialversorgung hast du keine Probleme. Ja genau, aber müssen wir auch. Wir bauen geschlossene Lkw-Aufbauten für Fahrzeugtransport, geschlossene Anhänger. Wir bauen offene Autotransporter und auch mal einen Drei-Seiten-Kipper oder Maschinentransporter, wenn der Kunde was Besonderes haben möchte, was Stabiles haben möchte. Das hört sich nach Freischielflexibilität an, aber das muss natürlich auch geplant werden, oder? Genau, und das machen wir in der Konstruktion. Alles klar. Science-Fiction pur. Computer, 3D, alles millimetergenau. Und das ist die Richtlinie nachher für die Produktion. Und die ist? Da hinten, da gehen wir jetzt hin. Geil. Gute Jungs. Präzise Fertigung. Eins steht fest. Die wissen, wie es geht. Hier an Produktion 1 ist dein Anhänger entstanden. Hier war er drauf. Genau, hier war er drauf. Hier wurde er gebaut. Ja, hört man das, spürt man das. Hier ist Alarm angesagt. Hier kommt noch eine Achse ran. Aber nicht irgendeine. Und die zeige ich dir jetzt. Und das ist jetzt hier absolute Elite. Die Technologie der Zukunft. Genau, das ist die Möte für eine Luftfederachse. Der Vorteil ist, wir haben einen Lastausgleich. Die Achsen können sich auspendeln. Schau, wenn du hier drauf drückst, die Vorderachse, dann geht die Hinterachse automatisch hoch. Geil. Über die Luftfederung. Ist das geil. Wartungsfrei die komplette Anlage. Wir stellen den genau auf 0 Grad und dann fährst du locker 100.000 km mit Einsatzreifen. Klasse Achse. Luftgefedert. Wartungsarm. Weniger Reifenverschleiß. Donnerwetter, so geht Technik. Das ist ja Rennsport auf AHK. Anhänger. Ich bin alle, es geht nicht mehr. Ah, schwarzer. FTP. Ich spüre, das ist meiner. Nein, Diet. Ich zeig ihn dir. Komm. Komm, komm, komm. Das ist ein neuer, neuer. Und dahinter verwirkt sich die Zukunft. Nee. Du bist doch völlig wahnsinnig. Hier. Jetzt knall ich durch. Aha, aha. Das ist ja Wahnsinn. Das ist doch festig. Hör auf. Mann. 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 Guckt euch das mal an. Ja, das ist doch Wahnsinn. Man hat ja oft im Leben viele Wünsche, auch große Wünsche. Das bleibt ja oftmals nur ein Traum. Nur das ist hier Realität. Geil, geil, geil. Oh, du hast an alles gedacht. Im eigenen Heim. Da steck ich ein. Das ist so fein. Das darf mein Hänger sein. Ist das geil. Das ist so luxuriös wie ein Sofa. So, was fehlt jetzt? Angeklingt. Jetzt. Respekt. Freut mich. Ich bin so happy, du. Und weiß, was ich jetzt mache? Jetzt wird bei mir erst mal einer geladen. Danke. Viel Spaß. Gute Fahrt. Tschau. Möde Fint. Tradition aus Leidenschaft. Und Familienhand. Seit 1978. Stein CAT. Gute Fahrt. anti.